Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Constraint Global Offensive hier bei Because Gaming is Fun zusammen mit Christoph. Halli, hallo! Hi! Ja, heute mal wieder auf dem Mirage unterwegs, es startet auf T-Seite und wir gehen wohin? Hi, Let's Go Be! Ja, finde ich auch. Hi, Let's Go Be! Wir spüren jetzt... ...irgendem... ...Kanal... ...Stack! ...I have to... What trailer? I've played 2 games and I lose because no, no want to give me info. Alter! Ich mute den. Ja, wenn der redet, Thorsten nichts mehr überschreitet. Alles drauf, klar drücklicher Kenner! Ich hab noch 6 HP. Einer ist B kurz. Ja, ich weiß. Und der ist B. Dankeschön. Oh mein Gott. Äh, Küche, 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 Küche. Ja, ja, ja. Alles klar. Ich hab ihn nicht getroffen, was? Ich war drauf. Oh, nicht Header, die Typen. Ja. Ja, sicher. Nur Header. Ja, gut. Wenn das Crosshair Placement stimmt. Wenn das Crosshair Placement stimmt, kann das schon hinhauen. Sag mal! Hörst du mal auf hier währenddaufe damit zu futtern? Schlimm sowas. Ich musste das Profis in Realität unseres Kanals weiterführen. Ja, ja. 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 Wir spielen übrigens gegen Clan. Das sind doch nur die, die Header... Oh ne, Quatsch. Ja. 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 Ich steppe... Ich steppe natürlich einer auf A. Unter, unter, unter. Ja, easy. Oh Gott! CT spawnen. Oh verdammt. Äh, Jungle ist einer. Und zwei noch CT. Ja. Nice. Da, 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 da. Der Connector ist einer. Ja. Ja. Ja, du... Ist der Letzte, ist der Letzte. Komm, Christoph. Komm. Mach ihn. Oh, schade. Es gilt eins. Ja. Hab ich auch gesagt, ist der Letzte. Komm. Ja, ist der Letzte, aber nicht, dass ich der Letzte bin. Ja, doch. Das kann man sich auch wohl denken, wenn man eine Spar... Ist der Letzte, beidseitig. Alles für zu. Let's go, let's go. Ja, frisst er wieder weiter. Ja. Gerade hast du geholfen. Ne, geh aber rein. Warum gehen die denn alle mitte? Die kommen wie kurz. War schlecht, dass du jetzt gesteppt hast. Ja, die steppen auch die ganze Zeit, ne? Ach komm. Darf ich niemanden? Es ist drauf. Frech. Da ist eine Awe im Jungle. Oh, so sehen wir. Warte mal. Hab sie. Danke. Na. Der Letzte ist mit oder was? Okay. Hallo Jena. Boah, eine Bison. Schnell wieder weg damit. Ja, aber echt. So, dann guck ich doch mal mitte, wa? Ja, doch. Hast du die Awe? Ja. Mitte. Er kauft sie in der zweiten Runde. I'm looking with. Er kauft sie in der dritten Runde schon eine Awe. Ja. Kann man machen. Und ich wette, der bleibt mir jetzt im Weg stehen. Da ist einer Vi-Killer, ne? Okay. Der ist wieder zurückgegangen. Wow. Danke viel. Full Flash. LOL. Wo war der denn? B kurz irgendwo. Hä? Ich weiß nicht, wo der Schuss her kam. Ja, B kurz. Wow, Geld. Das war richtig Premium. Ja, Christoph bist alleine, ne? Ich wollte mal laufen. Oh, da ist jemand. Hahaha! Das ist so schlimm. Ich denke, der Schuss wird das eiskalt an, aber... Der Weich ist ein wenig... ...fabiert. Jetzt haben wir eine Echo, ernsthaft? Ja, und wir machen... ...warte mal, ich leg dem einen und du dem anderen. Oh. Falsch. Go, ey, go, ey. Der ist ja... Alter, Gelb! Jetzt bist du alleine unterwegs. Ja. Da hinten. Äh, Unterbau ist einer. Danke für die Full Flash! Ach komm. Ist er tot? Ja. Oh, A wird Jungle. Ja, A wird Jungle. Ja, A wird Jungle. Der Connector ist auch oder? Ja, ich bin tot. Ja. Alter. Ja. Ja. Was da abgeht. Gut, du hast aber schon geplanted. Nice. Ja. Komm, komm, komm. Oh, schade. Mit 3, 4 bin ich zweiter im Team? Alles klar. Läuft. Ja, du hast heute mal wieder einen besseren Tag. 5, 4. Sehr gut. Na ja. Wir haben wieder ein Echo. Warte. 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 Und kauft. Ja, genau. Und kauf du dir auf jeden Fall eine Awe. Warte. Was ist denn kaputt bei den Leuten? Go, go, go. Alter. Wie, die hier. Das ist ein Scheiß. Das. Okay. Okay, warte mal. Ja, ja, nee, nee, nee. Geh weg, geh weg. Geh weg, sag da. Das kriegen wir nicht. Ja. Du bist witzig. Ich wollte hier weggehen. Da sind zwei Leute. Ich glaube A müsste frei sein, oder? Ich halte das mal für B. Ah, B kurz. Fuck, ich bin mit der Maus hängen geblieben. Fuck. Ah, bist mal wieder allein. Äh, Christoph. Hohoho. LOL. Da liegt ne Awe, ne? Rechts. Scheiß auf die Awe jetzt. Ja, ich sag nur. Eins gegen eins. Da müsste irgendwo Connector sein. Hab ich Zeit, durch Jungle zu gehen? Der wird da so. Also die Bombe liegt im Connector. Ich weiß nicht, wo der sich hingehockt hat. Ich glaub immerhin... ... 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